Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es beim St. Galler Management Modell im Stand 2019. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das St. Galler Management Modell sich andauernd weiterentwickelt hat. Im Jahr 2003 hatten wir die dritte Generation. Als eine verdichtete Darstellung der beiden zentralen Bezugspunkte des Managements von privatwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozessen, nämlich Umwelt und Unternehmung. Dann kam die vierte Generation. Deutlich abstrakter, durchgehend mit der kommunikationszentrierten Perspektive auf das Zusammenspiel von Umwelt, Organisation und Management. Die Version von 2017 wurde didaktisch aufbereitet und es kam eine aktualisierte, didaktisch gut aufbereitete Version heraus. Hier geht es um die Modellierung der organisationalen Wertschöpfung in einer immer komplexer werdenden Welt. Es geht um das Zusammenspiel von Umwelt, Organisation und Management. Dies wird in der Aufgabenperspektive abgehandelt mit den Mitteln der traditionellen BWL. Dann wird in einer Praxisperspektive dargelegt, welche grundlegenden kulturellen und kommunikativen Voraussetzungen gegeben sein muss, damit das Management überhaupt wirksam werden kann. Die Kommunikation zwischen Menschen steht im Zentrum. Warum ist das so? Weil einige Grundeinnahmen nahelegen, dass das sinnvoll ist. Zunächst nur das, was in die Strukturen und in die Prozesse der organisationalen Kommunikationen eingeht und dort eine Resonanz hervorruft, kann überhaupt in irgendeiner Form wirksam werden. Was weder kommuniziert wird und auch keinerlei Resonanz hervorrufen kann, das kann auf keinen Fall wirksam sein. Das Wirksamwerden von Kommunikation ist besonders wertvoll bei vertrauensbildenden Maßnahmen, beim Zeigen der eigenen Vertrauenswürdigkeit und bei der Gestaltung von verteilten Prozessen, wie zum Beispiel Planung, Kontrolle, Entwicklung oder jedwede Form von Entscheidung entlang der Wertschöpfung. Ein gemeinsames Verständnis der Dinge ist dann das Resultat eines kommunikativen Aushandlungsprozesses der beteiligten Personen. Dieser Aushandlungsprozess wird in dem Modellansatz Sensemaking genannt. To make sense bedeutet, der Kommunikation eine bestimmte Bedeutung zu ordnen. Grundsätzlich wird erwähnt, dass vieles auch anders kommuniziert werden kann oder anders hätte kommuniziert werden können. Daher bestehen fast immer verschiedenartige Möglichkeiten, wie es weitergeht, sodass eine Pfadabhängigkeit gegeben ist aufgrund dessen, was vorher gesagt wurde, obwohl es auch hätte anders weitergehen können. Kausalität tritt also zurück hinter Pfadabhängigkeit. Nun, die neue Version des Sankaler Management Modells versucht immer noch eine integrative Modellierung der Wertschöpfung. Integrativ heißt zusammenführend. Bemüht werden die Theoriestränge aus der BWL, damit ein guter Anschluss an das BWL-Wissen gegeben ist. Und für die Voraussetzungen der Wirksamkeit von Management werden dann Praxisteorie und Systemtheorie herangezogen. In einer Aufgabenperspektive geht es um die fachinhaltlich als zweckmäßig angesehene Bearbeitung von Aufgaben und Problemen der Wertschöpfung. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Umwelt, Organisation und Management. Diese Aufgabenperspektive benutzt sechs sogenannte Schlüsselkategorien. Getrennt davon werden in einer Praxisperspektive die Voraussetzungen für ein wirksames und verantwortungsbewusstes Management aufgezeigt. Hierfür werden vier Schlüsselkategorien verwendet. Grafisch umgesetzt sehen wir hier auf der linken Seite die Aufgabenperspektive und auf der rechten Seite die Praxisperspektive. Es gibt Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten. Die werden wir uns kurz überblicksartig anschauen. Die Aufgabenperspektive. Sie beleuchtet ja die Zweckmäßigkeit in der Bearbeitung von Wertschöpfungsprozessen aus Sicht der traditionellen BWL. Für diese Aufgabenperspektive gibt es sechs zentrale Schlüsselkategorien, nämlich die Umweltsphären, die umgeben das Handlungsfeld, um das es hier geht. Die Anspruchsgruppen oder Stakeholder. Das sind die Vertreter der Umwelt, mit denen man Kontakt hat, um so eine Außensicht auf die eigene organisationale Wertschöpfung zu ermöglichen. Die Interaktionsthemen, die man unterhält mit den Stakeholdern. Die Prozesse, die es zu gestalten geht, die Ordnungsmomente, die einen geordneten Vorgehensplan überhaupt erst ermöglichen und die Entwicklungsmodi für den Weg in die Zukunft. Die Praxisperspektive hingegen beleuchtet dann, was in der Aufgabenperspektive weitestgehend unberücksichtigt ist, nämlich die Voraussetzung dafür, dass Management wirksam werden kann und dass das BWL-Wissen überhaupt greift. Hierfür gibt es vier zentrale Schlüsselkategorien. Wertschöpfung als Zweck des Ganzen. Ein Orientierungsrahmen zum Besprechen der Dinge, die anstehen und zum Entscheiden, wie die einzelnen Tätigkeiten zusammenpassen sollen. Die Umwelt, hier allerdings verstanden als Existenzgrund, als Grund dafür, die weitere Existenz überhaupt aufrechtzuerhalten. Und die Managementspraxis, verstanden als das, was konkrete Manager konkret tun. Die aktualisierte Version des St. Galler Management Modells wird auf diese Art und Weise visualisiert. Wir haben einrahmend die Umwelt, darin enthalten die Stakeholder. Wir haben im Kern dann die Prozesse, die es zu gestalten gibt, die Ordnungsmomente, die der ganzen Sache eine Gliederung verleihen und die Entwicklungsmodi, die Wege in die Zukunft beschreiben. Wenn man den Kern aus Prozesse, Ordnungsmomente und Entwicklungsmodi auseinanderzieht, wird im Kern sichtbar, worum es eigentlich geht, wenn man die Voraussetzungen für wirksames Management betrachten möchte. Hier haben wir einerseits Wertschöpfung, meistens arbeitsteilig. Wir haben den kognitiven Orientierungsrahmen und wir haben die konkrete Managementpraxis. Worum geht es also im Kern? Wenn wir nicht im eigenen Saft schmuren wollen und über den eigenen Verantwortungsbereich hinausdenken und handeln möchten, dann haben wir mit einem Gegenüber zu tun, der auch in seinem Wirkungskreis tätig ist. Um übergreifende Denkurteils- und Handlungsmuster überhaupt zu ermöglichen, ist es ganz gut, ein gemeinsames Vorstellungsmodell zu haben, über das man sich verständigen kann. Genau das möchte das St. Galler Management-Modell sein. Es möchte sein, ein Referenzmodell für die Gestaltung oder Mitgestaltung von verteilten Wertschöpfungsprozessen. Für den Fall, dass Sie aufmerksam den Podcast verfolgt haben, können Sie ohne zu zögern eine kleine Aufgabe erledigen, nämlich, welche drei zentralen Erkenntnisse haben Sie gewinnen können? Vielleicht machen Sie einige Notizen, zum Beispiel in diese Grundstruktur, die Sie hier sehen. Die Vorgehenstipps haben sich dabei als praxistauglich erwiesen. Deine Untertitelung des ZDF, 2020